Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute glaube ich sogar ist das Update auf iOS 7 Beta 6 erschienen. Ihr seht hier es. Und ja, das möchte ich jetzt mal kurz installieren. Akzeptieren. Ich glaube, ich blende euch jetzt hier ein, wenn es nicht so sein sollte. Aber ich glaube, hier oben gibt es jetzt ein Fenster. Da könnt ihr draufklicken, wenn ihr jetzt iOS 7 Beta 6 noch nicht, beziehungsweise Beta 5 noch nicht auf eurem Handy habt. Also dieses hier euch nichts bringt. Dann schaut ihr euch einfach dieses Video hier an, was hier oben eingeblendet ist. Und ja, dann seht ihr, wie ihr das installieren könnt, wenn ihr noch kein iOS 7 habt. Ja, ich werde das jetzt kurz hier vorspulen. Und ja, bis gleich, wenn das Ganze fertig installiert ist. Kliertet全 reached. Ja. Ja. Und jetzt? Ja, es ist jetzt überuche ich mich. Da. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Keine Ahnung, was mir jetzt hier für neue Funktionen offen stehen, was ich jetzt für neue Funktionen hier habe, aber... Ja, ich werde es ja sehen. Gut, dann verabschiede ich mich für dieses Video. Das war jetzt sehr kurz, aber es hat ja geklappt, alles. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.